ja er hat was auch die Sitzung mit dessen Glocken schneiden dann mal alles zusammen wo er was gibt genauer machen es nicht gut verschöpft und und so war nicht hatte ich habe dann euch ich steuere meine Hubschrauber 3 jetzt der Welt der Altmaier in der Welt das Auto explodiert ist sie plötzlich tot er hat das ist ein Niederlandes geschossen das war es um ein sehr guter aufbauen sind vor vieles als zu geben und wir machen jetzt noch eine Erklärung machen es noch einmal um hat zu kommen Wenn wir jetzt nämlich so viele Folgen haben, könnte man sich auch überlegen, dass zweitägig und dann vielleicht im späteren Verlauf auch zwei Folgen pro zwei Tage oder halt jeden Tag mehr Folgen. Ja, so fahren wir jetzt. Okay, geil. Eli bringt ganz viel Geld. Ja, ich hab gerade einen gekillt. Wir können auch mal so jetzt mal kurz sagen, was die geilsten Filme sind für uns. Sollen wir es immer noch kurz beschreiben? Wer ist dieser Roboter da, oder? Ja, ich würde sagen, bei mir ist es Herr der Ringe und vielleicht gleichzeitig auch der Hobbit. Also der Hobbit ist ja jetzt noch nicht fertig, aber ich finde einfach diese Welt so episch. Auch wenn die Bücher eigentlich noch geiler sind. Aber irgendwie, ich bin voll der Herr der Ringe fliegt. Ich habe auch die Bücher eigentlich voll verschlungen. Also ich habe jetzt The Lord of the Rings Online noch nicht angefangen, ich möchte jetzt mal anzocken, auf jeden Fall noch ein Let's Playder von hier. Wo das ist vielleicht auch gekommen? Ach so, die Mission. Nee, okay. Da ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man nicht sieht, was die anderen machen. Ja, aber... Aber... Schickt man alles umgehen? Schickt man alles umgehen? Ja, was hast du gemacht? Ja, was hast du gemacht? Ich auch nicht. Ich habe auch nicht. Ich habe auch nicht. Fuuuck. Jetzt. Ja, ich bin hinter dir. Oh, Helikopter, Helikopter, Helikopter. Okay, ja, ja, du nimmst links, ich, äh, du nimmst rechts, du links. Ja, nur 200.000. Ich sage, Hammerfett. Wir haben 69% und 31% Weibliche. Ich gucke gerade unsere Statistiken durch. Was denkt ihr, wo wird am meisten YouTube aufgerufen? Also... Wiedergabe-Seite, Mobilgerät. Und ja... Ja. 64%. 35,7% bei Mobilgerät. Und dann 0,2% auf anderen Webseiten eingebetteter Player. Und 0,1% sonstiges. Und dann Zugriffsquelle, also es geht zur Auswahl, Verweise auf YouTube, mobile Apps und direkte Zugriffe. Aufruf, Verweise über außerhalb von YouTube. Schätzungen? Dann kommen wir in die 1,5%. Das ist ein Witz. Was auch so, ich kochen, was schon hier. Ja, ich meinst, was über jedenfalls ist, was in die da warst du mit 1 42 Prozent gar nicht mehr so schlecht also mit der Wahrheit um auch gut verweist über außerhalb von YouTube sind noch nur 2 ich habe ein ich bin natürlich oder lässt sich vertreten das ist noch nicht an die Schäden bei der Abfahrt anzertalte mit der Sprache in den letzten Jahren noch ein bisschen zu dir städte ich jetzt aber nimmst dich ernst städte ich jetzt aber es sei nicht traurig eigentlich wollten wir schon von Anfang an das war ein steigungsvolles das war ich stehe direkt neben die Strecke wo bist du da er hat er noch was er präsentiert da ist dann nach jahren war nicht recht steig einsam mal los ich sag damit du los kannst ein dreiein drei SAFE! STUNN Okay Warte mal kurz Wenn du für die Falle willst, musst du das kurz auf der Karte auswählen Okay Okay, gut, ist ausgewählt Ah! 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 Ich glaube, ich glaube Ich glaube Flying car Das ist gut Drei 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 Wunder Ein Drei 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 eine Art Kratz der Berater hat die 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 seine die das bedeutet dass wenn wir es kaufen um die um was ja ich kauf mir noch kurz voll ja ich habe eh noch ein bisschen Geld übrig ok so lange wir auf Sammel warten ich glaube ich fahr hinter dem Haus aber dann müssen wir jetzt vorsichtig fahren weil ich will die Karin in der Garage zählen ok ich komme wieder raus ich bin jetzt hin wenn wir sind in dieser Mitte so ist der Fall war ja ein paar war ja ein also anderthalb Stunden sind wir schon am aufhören mehr ein bisschen den Menschen genau da sind zwei Stunden abhängig gewendet Prozent vor der Eichhörigkeit haltet sich nicht es ist noch voll kompliziert wenn man jetzt aufnehmen aber die Folge in der Zukunft rauskommen der Geld oder bei Themen die bis sehr frei Leitungen von der Zeit her Morgens Prozent oder gibt das zu kaufen Prozent der Tau kaufen kann schon naja wo fahren wir jetzt eigentlich hin so schlecht ob was ihr das sehnt ja das ist das ist auch unser großes das ja 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 Ich halte eh. Such mir dir ein neues Auto. Ich nehme mal das Auto hier. Check ein. AHHHHH MEIN GOTT! Check ein. Oh no. I'm in. Soll ich wieder einsteigen. Ja ich wurde rausgeschleudert da. Achso ich dachte gerade nicht. Warte warte kurz! Du kannst nicht mehr. Hm, kann ich nicht zoomen. Let's roll some grenade. Oh. Oh, ich dachte nicht. Kann ich gleich nicht steuern da? In unserem Kofferraum ist ein Briefkasten. Ja, ich weiß. Das Auto mal runter. Das Auto mal runter. No, 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 no. Warum hast du ne Gang hat weggebrochen? Das hat doch geklappt. Start mal schnell aus. Dann kannst du es rein tun. Ja, nein. Oh, das Motorrad. Das Motorrad. Wo ist das Auto? Wo ist das Auto? Ah, what you doing? Da ist der Motorrad. Der Motorrad hat ein Radio, wusste ich auch noch nicht. Ja. Kann ich jetzt dieses scheiß Auto da rein tun? Ich weiß nicht, wie es denn bei dir ist. Also, ich habe das Auto hier irgendwie... Ja, wie du? Oh, 4 Sterne. Eins hat chillt. Ah, der ist vorne. Ah! Ah! Ich bin jetzt hier. Und... Ah! Ah! Ja, wo bist du? Fack, Jan! Ich bin hinter dir! Ja, ich bin hinter dir. Ja, ich bin hinter dir. Ah nein, dann muss ich wieder überleben, sagen wir. I can't shoot, I'm coming! Perfekt. Steig ein, sag mal. Ah, I'm in! WTF, da kommt ein fettes SWAT-Wagen, Alter! Ich schieße auf die Leute da drauf. Okay, dann steigen aus. Ah! Ah, let me in, I'm in, I'm in! Mach du noch mal, bring mal das Auto weg, ob du schütztest. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Du musst ja dahinter herfahren, Alter. Nein, 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 der Auto drin. Okay, warte. Ja, herein. Okay, dann kommen wir gerne einfach hoch. Okay, dann hab ich nach Hause gemacht. Also hab ich nach Hause gemacht, mein Mann. Okay. 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 Okay.